Aufnahme läuft. Klassische Irreführung. Ja, meine jetzt auch. Jo, so. Erstmal Mana vergolden. Hallo, hallo, hallo. Das gelickne. Gott. Ich geh mal in den Busch. In Busch, in Busch, in Busch, Busch, Busch. Eine muss in der Mitte lane sein. Dann kann ich in den Busch reingehen. Okay. Ich bete dich. Geduldbeschwörer. Vielleicht kriegen wir dann wieder First Blood, Friede. Vielleicht? Ich wollte es ernsthaft gegen Ash und Bart spielen. Ihr seid mir Leute. Oh. Na passt schon. Danke, danke. Da unten ist die. Jetzt trollt jetzt mich und nicht die anderen Teammates. Ja, das ist euch schon klar. Ja, ja. Wir haben dich gefragt, ob du mitmachst. Du hast ja gesagt. Ja dann. Trion mit oder so ne Scheiße. Oh, hups. So wie letztens der Set einfach eiskalt verfolgt wurde. Ping. Ping, ja. Gibt's jetzt auch mal schön auf Aufnahme drauf. Ja. Bitte in der Aufnahme noch öfters passieren. Ich will aber ein bisschen farmen. Ey, du kriegst nicht genug farmen. Ich lasse ja den Kill dann. Okay. Aua. Der will nicht. Der will nicht. Geduldbeschwörer. Der will echt nicht. Guck mal. Es gibt einen Sinn. Oh Gott. Lass den Kruppel. Ich lasse da schon wieder für ne unnötige Scheiße. Ich gucke wie der jetzt reagiert. Er steht. What are you doing, Yasuo? Gute Frage. Waiting for this bitch. Alter, ich krieg hier gar nix geschissen gerade. What? Nein. Er kommt echt nicht gegen normale Minions, klar. Alter. Wie gehst du jetzt? Hahaha. Ja, Friede. Renn rein. Renn rein. Easy. Alles nur raus und spiegeln. Aua. Okay, da vergab ein bisschen blöd. Du bist trickreich, nicht wahr? Du bist trickreich, nicht wahr? Ich hatte das Kritik gerade am Cryhonen. So schlimm. .... Es geht. ... ... ... ... läuft schon. Braum Jungle, mal gucken, was der dazu macht. Du 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 du. Also ich geh' back, Marvin, ja? Ja, mach mal. Suizid! Los! Setz Suizid ein! Glaube ich dir sogar noch. Was ist mit dem Gegnern los? Passiert ja nix. Bist du dir sicher? Ich! Soit! Gleich. Ihr seid zu zweit in der Mitte und gebt First Blood ab. Ja, Marvin war gerade alleine. Du bist trickreich, nicht wahr? Du 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 du. Hat seine Kopf holt. Alles nur reif für die Fliege. Ach, alles auch. Der scheiß Rabe war nachher mein Problem. Ja, sein Roll zit schon ein bisschen. Mhm. Haben die eigentlich schon Drain gemacht? Nö. Aber warum ist das denn hier? Ich weiß, ich hab ihn gesehen. Da ist ja noch jemand. Jetzt. Okay, der ult ist. Okay, der hat sich gestand. Hoppala. Komm ich nicht weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Dann machen wir noch. Ein Gegner wurde getötet. Dann machen wir noch. Ein Gegner wurde getötet. Dann machen wir noch nicht weg. Dann machen wir noch nicht weg. Dann machen wir noch nicht weg. K松 Treppe. Ja. So cool. Ersch kissed So. Botlane läuft. Mitte läuft noch irgendwann. Toplane läuft. Hoffentlich. Da ist ein Bart. Wo ist ein Bart? Ja. Hm. Läuft. Ich brauche meinen Feed, sorry. Schon okay. Ich stehe ja schon. 2-0. Swain ist missing. Muss ich gerade sagen. Moved wahrscheinlich Bot oder Dragon. Ja, ich glaube der geht nach Bot. Also Dragon ist glaube ich noch nicht angefangen. Doch. Die haben ihn. Ja, die kommen beide zu dir. Nicht wahr? Das reicht nicht ganz. Oder? Hast du noch Ignite? Ah, du hast keine Duolane. Ich kann mir doch nicht bei einer Duolane Ignite erlauben. Ja nicht. Ich geh mit Jax auch TP und Ignite auf Toplane. Ja, auf Toplane, genau. Der spielst aber nicht gegen 2. Jax kann auch mit seiner Eerie ein paar Autotex blocken. Also von daher würde er auch auf Botlane klappen. Theoretisch. Nee. Bart ist so hart am Poken. Wie gesagt, der ist wirklich am Tryaden. Wie gesagt, der ist trotzdem hart 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 am Tryaden. Wenn ich gleich ein bisschen Mana gewickt habe, versuche ich Botlane zu kommen. Aber... Ja, ich geh back und komm dann Botlane. Kümmer dich einfach ums Farmen, Marvin. Unterm Tower am besten. Wir machen das noch. Nee, nice. Ah, okay. Der Rabe ist leider kein Geschoss. Nee. Ja, aber ich wurde dann auch noch so verpisternd. Die Todesgeräusche eines Kemarovs. Machen die schon die ganze Zeit. Ach, hier. Sine passt. Können wir? Hast du Flash, Ult, Q? Ich hab Ult und Q. Ja, ich hab schon. Hm. Stinks kommt runter. Okay. Best Stinks. Na, genau. Was für dich geworden ist. Danke. Du bist trickreich, nicht wahr? Hinter dir, Marvin. Habs gesehen. Einfach dran zu beidashen. Dieser Kreis unter dir ist ein Stun. Aua. Und Warwick ist auch noch in der Nähe. Ja. Dann wärst du auch nicht mehr weggekommen. Warwick hätte auf jeden Fall geholtet. Auch wenn du ein Tor wärst. Ja. Und dann kommt noch Bart. Ist du dir sicher? Nein. Komm schon, Tower. Ja. Exekuted. Also. Geschafft dauernd. So. Ach. 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 Obwohl wir grad keine holen. Ich bin ein Wettbewerb. Kommt ein Wettbewerb. Ich habe Morvik gekillt. Ja. Ich meine, er durfte jetzt auch hier. Ja, er ist wieder runtergerannt. Aber da waren Jhaven irgendwo bei dir. Warte bis ich da bin, dann können wir mal versuchen. Das ist trickreich, nicht wahr? Okay. Schön. Bist du dir sicher? Blutrauschen. Nein. Nein, nicht getroffen. Du hast mich mit deinem Black Shield gespürt. Ah. Du hast mich mit deinem Black Shield gespürt. Ach so, was du meinst. Hm. Hätte ich ihn als erstes gehabt und nicht dich, dann hätte er überlebt. Und du wärst auch noch nebendraus gekommen. Aber ihm war der Damage zu schnell da. Warte fuck, ich habe noch Back gedrückt. Egal. Ja, jetzt machen wir noch ihn. Vielleicht hat er sich irgendwas getroffen. Zum Aschult eventuell. Ne, ne. Aschult hatte er, ist ja schon raus. Oh. Oh. Der hat mich guldet. Oh. Der hat mich guldet, aber Black Shield halt. Oh. Ja. Ich hab mein Stunt drauf. Läu. Er hat mehr mit der Cue gemacht, als erwartet. Was ist das? Pfff Geh ernsthaft, 4 0 5 Bist du dir sicher? Oh Gott, der Damage Ok, werfen wir Der Gegner hat einen Tor zwischen Was hatten wir für Items bis jetzt? Geht's denn? Ich fiel, ich hab mehr Wird einen AP mehr als ich zurzeit Ja, du bist Einfach viel zu schnell, du Ich hab bis jetzt nur das Mana-Reck-Item Und halt Äther-Hauch, was man für Lundsächer braucht Haben die einen Traum? Äh, ne Ach, wir haben einen Sion Ja Ich hab die ganze Zeit so einen Sion-Gebrüll-Shit Und wundere mich, was da los ist Hast du elf, Marvin? Ach, du hast keine Stacks noch Ich hab meine Q nicht gestackt, gerade Klassische Irreführung Klassische Irreführung Klassische Irreführung Kroor Kroor Stell dich dem Wind Der drückt mir zu viel zu schnell Der ist Vayne oder was? Ja Der war knapp Schön 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 Weiter cooldowns Der hat nicht, der hat Raben drauf Ah zack, da war die Fräsche So, dann gucken wir mal, dass wir ein Stückchen schneller werden Da ist noch ein Bart Ich bin auf dem Weg Swain spielt auf jeden Fall nicht zum ersten Mal Swain, genauso wie Bart nicht zum ersten Mal Bart spielt Ne Bart ist auch nicht schlecht, das hab ich ja nie gesagt Ja, aber bei den beiden merkt man das direkt Ich bin am Farmen, am Farmen Ich bin genau so viel Farmen wie ich Oh Gott Ich hab ihn benutzen können Können wir immer noch, Ignite drauf Ja, schön Ich hab ihn mit Ignite gefressen, seh ich grad Aua Aua Ja Aua Hoppala Hat keiner gesehen Doch, ich Ist in der Aufnahme Nein, hast du nicht gesehen Ist doch in der Aufnahme, Friede Ja, ok Ja, bei mir doch auch diese Nee Auf zu sabbern Das ist ja irre Das ist ja irre Das ist ja irre Schaffst du da noch wegzumachen? Ja, ja Und bevor der Tower fällt? Äh, unwahrscheinlich, ja Aber ist egal Fast Ich will nicht, dass die Gegner jetzt noch Gold bekommen, weil ich keinen einzigen sehe Also Warwick ist hier Mhm, der ultet dich eventuell Und der zieht schön live Dann ist noch ein Ash da Ja Ja, trotzdem Ich hab's noch ein Ich hab's noch ein Und es ist ja Ja, ja 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 doch hoppala oh mein gott ich bin aufm weg gut ja kommst du weg neu woher kam der damage vain aids halt ja aber das war ziemlich viel 500 einfach so aus dem nichts könnte man sagen 2 es kommt nicht nicht so tickel wie malzer haas sondern einfach dann ist es da neu also der bart reagiert echt gut ja warbeck holtet mich erstmal ja warbeck holtet mich erstmal ja warbeck holtet mich erstmal bin ready außer ult gott fuck it vain screw you hammer der drückt einfach viel mehr der ist tankiger er ist tankiger er ist tankiger nein ich hab hier ja weil wenn bart und ash einmal an mich rankommen wären hätte ich ihn hier gebraucht dass das so easy gegen die läuft hätte ich ja kann man ja nicht wissen ja ok hab bart gekillt mach dich ja vorweg kommt auch noch ich wurde geholztet der hat mich scheiße drückt der an die damage ich bin squishy ja zwischen squishy und das was da mit dir passiert ist ist aber ein unterschied der hat manchmal das gute smile aber trotzdem wenn du bedenkst der hat hier der sunfire der jungler alter das tickt ja schön noch schön hinterher state of the room king hast du auch noch gehabt auch noch für einen schönen Einstieg gesorgt wobei ich muss sagen der vorweg hat mir weniger gedrückt als nein ich habe dein Leben nur noch fallen sehen wohin als nächstes welch ein vergnügen topbrain missing also square means war weg ein schluss schöne kette schöne kette schöne kette von hinten ok ich muss dir weg Sven ver-piss dich Ich spiel keinen Aids von dir. Okay, Bovic hab seine Passiv nicht an, danke. Ich muss mal eben Botlane Farm holen. A dragon gun 18. 15. Break up. Ja. Heldet ihr es? Fetter Homer. Ja, nice. Der fette Homer hat gerade den kleinen Gemath weggemacht. Oh, Bovic. Alles nur raus. Guck mal, Bart hinter dir. Hinter. Boah, mein Stump. Nice. Heldet ihr euch? Bist du halt nicht zu sehen? Boah, der Gere kommt bei dir. Oh, der Gere kommt. Aber alle. Heldet ihr zu? Oh, das ist halt zu sehen. Oh, der Gere kommt. Alter, was die für Damage schreien, drücken einfach Ich kann auch mal einfach so platzen Das ist der Stand Im Vorweg ist irgendwo hier Da ist er Das ist der Stand Guck dir mal an, wo die Krabbe ist Jo, ich sehs grad Schöne Aufnahme Die will da den Wasserfall runter, die dachte, die kann sich retten Ich hab meine Kette drauf Okay, Sonja, es ist was Reicht ja keiner Mana Ich kenn das Gefühl Ja, nur dass ich 13-0 stehe Echt? Ja, guck doch mal nach 13-08 Okay Ja, ich häng ein bisschen hinterher mit 7-8 Oh, Samir Oslav Ja okay, man muss ja sagen, Marvin ist noch nicht Level 30, der hat noch nicht volle Ruhe Ach Marvin ist noch nicht 30 Nö Dann lernt er ja sogar noch was aus der Runde Ja, deswegen wollte ich dich dabei haben, weißt du, dann müsste ich so schön so ein Elo-Monster hier dazu stoßen Elo-Monster, what the fuck? So gut bin ich nun auch nicht So gut bin ich nun auch nicht Ja, aber von Marvin sind es Elo-Monster So gut bin ich nun auch nicht und Ja Top sim Ich fühl mich ja schon geschmechelt Was ist denn das denn jetzt? Ne, ich weiß noch, als ich angefangen hatte Ich musste ja direkt dann mit Dennis und Stefan Ich hab grad richtig gesehen, ob ihr wahrscheinlich gleich einen Bart kommt Ja, von der Top-Lane war ja eben was okay schon hinter euch Die Top-Lane Oh Gott, Bart Egal, haben geultet noch War eh schon down Nein, that's done Okay, Bart hat mich bekommen Das sie gar keinen Fokus auf dich haben, das find ich lustig Auf mich? Ja, das find ich auch lustig Sollte man auch ne Morgana fokusen Ja, im normalen Fall Okay, aber du bist ja Blaine Morgana gehört gefokust Ja, aber so Supporter-Fall gehört nicht gefokust Und ich glaub, dat kennen wir nur Ich glaub, die tanky AP-Carry Morgana sein kann Vor allem die tanky AP-Carry Morgana sein kann Geduld Beschwörer Und da ist ne Ash Ich hab mich in der Falle Ich hab mich in der Falle Ja, das war außerhalb der Falle Ich hab mich für mich semi-schwein Ich hab mich gewohnt Ich hab mich der Falle Ich hab mich bei dir Wiede geschlossen Ich hab mich bei dir Über die Falle Ich hab mich�ert Und ich hab mich bei mir nein 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 fuck 14 1 pass auf jetzt spring ich den oh gott der hat er eh jetzt drauf gekommen ja wieso bist du dann zurück gegangen ich bin nicht zurück gegangen ich hab den angesprungen dann war er schon tot es sah aus als ob du zurückgesprungen wärst wenn er zurück gesprungen bin ich nicht also ich bin schon zurück gesprungen aber weil zu meinem standpunkt wo ich am anfang war da ja da war warwick ja war es wenn hat mich gekillt es war eine leine mit seinem mäd okay ich hab dich hingeguckt genau ist auf kamera vielleicht findet man ja irgendwas naja da ist eine ash ash zum platzen bringen erwarte lass mich zu meinem farmgut dreck sein one shot finde ich noch etwas zum one shotten wo ist der blühe ich hab okay geduld beschwörende doch nicht oh oh lol ja der batz dann hat dich hörst ich wollte grad sagen Bart hat hier fleiß rome vogel alter schlimmer als aids und krebs zusammen so was wünscht man seinen erzfeind nicht doch schon aber Aaaaaaah Gebt da die Schuhe auf! Auf mich, auf mich, auf mich schön ich geh weg, ich hab zu den Schleif ich gebe mir erst unseren Blue Buff und dann geh ich weg ok, ich mach hier gerade mit kallen Dreck hauptsache mit Humor nehmen Marvin, du bist so stumm hm du bist so stumm naja und dich fliegen wir auch noch, man das war ne richtige Kackrunde für mich, von daher ach, hat jeder mal aber der Skinfabster zu wenigstens wir hatten halt nen harten Gegner, ich bin ja gegen den auch nicht klar bekommen ich hab mir erst meinen Feed irgendwo anders geholt hinter euch vorsicht ja, es gibt nur zwei Arten von Yasus wo hast du fünf Yasus? die mit dem Project 9 skin spielen und halt die anderen dann das sind dann aber dann die koreanischen Dinger muss ich euch mal schicken, den Ding der ist so lustig wegen der Stu in Ranked Klassische Irreführung der war WCM ja, Tatsache lol, ihr habt den Inhip geholt oh lol, da ist ein Bart kommst du weg? ne, doch ne oh lol hast du gesehen? das Raumschild ah, das sah mal schön aus ah, das sah mal schön aus na, so ein bisschen mehr hat der Warwick naja nach der Promi hat da gar nichts zu schreiben aus dem Hammerduh und mit dass auch ne harte Sache an sich ne kaum ein Vorteil für den Gegner bei spielvoll Alles nur raus, nicht eigen. Kommt der bitte klar, oder soll ich vorbeischauen? Soll schon mal vorbeikommen, Teamfight. Sonst würde ich botlane gehen, weil da der Jaren war. Mist. Achso. Schön gemacht. Schafft er unseren Tower, ne, oder? Nee, schafft er nicht. Ich fang den ab. Oh Leute, wir bleiben. Kann er sich mal entscheiden? Ey, bleib hier. Madame. Nee. Schön gemacht. Wohin als nächstes? Nee, nee, nee. Ja, so langsam komme ich mit LeBlanc besser klar, muss ich sagen. Du warst ja dabei, als ich letztens... Oh mein Gott, das war... Klassische Irreführung. Niemals zugeben, dass man Premade ist. Das darf man niemals zugeben. Also wenn ich schreibe, wir sind keine Premades, passt das nicht. Weil wir Doom mitgehen eben. Aber alles, was mehr als 2 ist, wird immer dann rumgeflamed. Und... Ähm, da ist ein Warwick irgendwo auf Top-Helfe. Ihr dürft euch nicht catchen lassen, Leute. Was? Swain hat Red? Ja. Ja, werde ich so vergoldet. Leul. Leul. Gut. Leul, der verfolgt... Die falsche. Gerade die ganze Zeit. Ah, okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt würde ich dafür büßen. Mein Gott. Dodged alles. Pass auf, du essen Bart. Na, ich merke. Nein. Egal, dann habe ich cooldown hier. Doch, nein. Ist dann den noch... Boah. Okay, mein Blutrausch ist beendet damit. Was ist denn das? Brrrr. Ups. Ist lange Spaß, dass da oben... nicht. Schön aufgehauen. Hätt's leicht verziehen müssen. Aber... den kriegst du. Oder? Ja. Nice. Nice. Geh ich mal gucken, dass sie den Javan zum Platzen bringt. Stimmt doch gar nicht. Guck mal, was der Braum geschrieben hat. Doch, ich denke schon, dass der 1v1 Javan kann. Hm, konntest du ja nicht. Also, als ich gerade eingeschritten bin, hat der Javan wieder die Führung übernommen im Fight. Ja, Braum läuft halt mit seiner Passivum, die Passivum macht halt den Damage. Nicht er. Das halt nicht unterschätzen. Das ist eigentlich ganz geschmeidig mit Leblanc, wenn man das Jumpen einigermaßen gescheit hinbekommt. Pass auf. Du gehst mal auf den Spiegel. Frank kommt raus zu dir. Mhm. Den hab ich gesehen. Das ist eine Irreführung. Ja, ich weiß sowieso. Noi, ich hab den Stun nicht gesehen. Rektion. Ok, da we go. Der Schein kann trüben. Shame on you. Kommst du klar? Weißt du, ob der noch Gold hat? Ne, hat er nicht, hat er gerade auch nicht genutzt. Ok, der ist passiv. Ok, meine Kette ging daneben, ich zieh mich zurück. Ja, ich port weg. Bad Lane. Ja, deswegen port ich gerade zurück. Ich bin so schnell. Vertrau mir. Mein Vollbild, was soll ich denn jetzt machen? Gute Frage. Hm? Gute Frage. Ist der Blue Up, weiß der Deiner? Unser? Ja. Unser? Wir müssen nochmal irgendwie hart pushen. Hm. Und? Da ist. Und ein Draper. Naja. Wenn du einen push top. Na f***. Nein. Die TopTour ist weg. Irgendwie leufert noch der Seil. Okay, jetzt pushen die uns langsam ein. Hey, lasst euch immer noch catchen, das ist der Fehler. Hier geht 1 hin oder zur dritten Fight rein gegen 4-5. Hm. Wenn wir die weiter so einzeln rauscatchen, dann gewinnen wir das sonst nicht. Der Braumfollowt zu weit. Der Braumf ist weg. Da geht's nicht weg. So, und jetzt pushen. Einer muss sterben. Ja, das macht Braum. Oh Gott, ich hab verkackt. Ach nee, das schon wieder. Ja. Wie willst du die auch? Oh Gott. Oho, wie der die echt ballert. Ja. 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 Was hast du gesagt? Danke. Ja. 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 Jupp. Boah. Nummer 1 raus Scheiß, overdone Oh, das ist der Fall. sich noch mit zwei inhibs bei also offen geschlossen mein gott was du so inhibse inhibse wat die mehrzahl von die mehrzahl von inhibitor inhibse keine ahnung langweilig und sowas glaube ich nicht inhibien 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 sprich Inhibitoren Inhibitor Inhibitore achso und weiblich ist es halt ne Inhibse ah ok es gibt weiblich neun ja was ist wenn der sich wenn der Inhibitore sich halt gerne mal schmückt so mit Makeup und Co dann ist es zweiflich oder schwul Inhibitore zlogic ok stell dir mal vor in Inhibitore hat plötzlich so eine Art Lippenstift oder so um sich Gute! Noch Ohrringe dran und so, ne? Läuft! Okay, der hat mich genutzt mit seiner Kack-Ult. Wer von denen hat noch Baron? Äh, Warwick. Und sonst weiß ich nicht. Warwick und Sven dann. Und Baron ist ausgelaufen. Boah, da bat jetzt Tank-U oder was? Jo. Boah! 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 Bathurst manque auch! Boah! 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 yy… Ich denke, dass ich eine 450-Ginger pack Ja okay, aber die ist ja auch tankiger Ich hab 4k HP Das ist ja irre für uns Nein? Leid, Brom wird sterben, sobald er seine Holze aktiviert Okay, doch nicht Oder? Das Aids ist offen Nein Ah okay Ne, war nur Ignite, glaub ich Aids hatte ich drauf Genau, du bist hier das Aids-Kind Hey Hey, du hast es selber gesagt Ich hatte gesagt, ich hatte sein Aids drauf, ja? Ja, dann bist du das Aids-Kind, sag ich doch Ne, ne Ich bin so froh, dass die keinen Malzer haben Das würde mich, glaub ich, ein bisschen mehr aufregen Wenn das so langsam tickt GG, würd ich mal sagen Ja, aber ich try's doch nicht, ne? Der macht ja null damage an dir Nee, tut da auch nicht Ich hab 200 irgendwas an Amor Und 4k leben, der macht keinen Damage Ja, dir nicht, mich hat er one-shotet zusammen Ja Ja Ja